Mein Freund, der ist in die Hosentasche, ich muss es dann so machen, ich mache es so. Das Problem ist einfach, wir können das ganze Material nicht benutzen, weil das voll mit Gypsy Kings ist. Also wir haben den Scheiß am Anfang einmal angemacht und am Ende der zwei Tage wieder aus. Da lief die ganze Zeit die gleiche anderthalb stündige Playlist, ohne Scheiße. Aber das ist jetzt das Problem, weswegen wir darüber quatschen müssen, weil ich davon nichts benutzen kann. Du kannst nichts hören, da ist nur die ganze Zeit immer so eine hochgebundene Gitarre drin den ganzen Tag. Zuhause. Was wollen wir dazu erzählen? Einfach vielleicht ein Tagesablauf. Hast du sowas schon... Ich habe sowas noch nie zuvor gemacht. Du hast mal gesagt, das meiste, was du an einem Tag gemacht hast, waren 4 oder 5 Tattoos, ne? Ja. Und danach war man auch tot. Hä? Jetzt hast du 50 Tattoos gemacht. Ja, 48. Aber der Unterschied zwischen deinen und meinen ist visuell ziemlich schnell zu erkennen, glaube ich. Ich war echt vor jeder Sache so mega aufgeregt und voll angespannt. Ja. So dass... Das war so gut. Habe ich an alles gedacht. Die richtige Reihenfolge mit Abwischen. Ist mir aus Versehen Spucke in die Wunde getropft und all sowas. Ist das passiert? Nein. Wirklich? Na gut. Ne. Ich habe auf jeden Fall nicht gesammelt. Aber mir ist es passiert, das R war ein bisschen weit gefächert, sag ich mal. Und es ist halt ein V geworden. Ich habe es gar nicht so richtig gescheckt, bis es dann halt fertig war. Dann haben wir Ewigkeiten diskutiert. Und dann halt am Schluss war dann der einheitliche Plan, das einfach durchzustreichen und dann ein R drunter zu malen. Dann ein großes, damit man es auch gleich erkennt. Das ist allerdings ziemlich klein geworden. Also es ist ein kleines, großes R. Weil man erkennt. Ja, ja. Josh ist auch total zufrieden mit dem Tattoo. Naja, dann ging es wirklich... Also die ersten waren so krass, so shaky, man. Mhm. Meine Hand war... Also wirklich, die hat so gewackelt. Ich konnte es nicht... Bevor ich angesetzt habe zu tätowieren, da war die ganz starr und ganz... Also wirklich gut. Ja. Und dann will ich gerade ansetzen und dann geht das richtig so los. Du hast richtig gesehen, wie die gewackelt hat. Alle mussten so einen Wisch auch unterschreiben, dass sie mich nicht verklagen können und dass sie wissen, was auf sie zukommt. Das ist ja sehr deutlich gesagt, ne? Ja, auf jeden Fall. Es wird eine trashige Schrift. Ich kann die nicht vorschreiben. Normalerweise baut man so... Stencils heißt das, ne? Ne, wie heißt das? Stencils, genau. Oder man... Malts vor. Malte halt mit einem Stift direkt auf die Haut. Manche normalerweise sehr gerne um den Flogen der Haut und das Körper noch ein bisschen aufzugreifen. Das passt dann auch besser an die Körper. Voll schräg und so lang, so wie als ich den Arsch tätowiert habe und an der Arschbacke gekommen bin und die Buchstaben wurden immer größer. Da kennt jeder von euch, wenn man auf so einen Zettel malt und dann willst du was in so eine Lücke kriegen und du fängst relativ groß an und dann musst du kleiner werden. Bei mir war das andersrum und dann musste ich so in die vaginale Region hinein tätowieren. Also jetzt nicht direkt, aber... Es wurde... Es ging halt langsam von Arschbacke weg. Aber hat alles noch gut gepasst. Jo. Unsere derzeitige Praktikantin zum Beispiel hat auch ihr erstes Tattoo bekommen. Gleich hier auf die Rippe, Alter. Das ist auch eine fiese Stelle, ne? Das ging. Also jetzt hat es nicht weh, ja. Und das ist auch drin geblieben. Richtig gut. Also... Super Tätow, ne? Ich habe selten so eine schwarze Linie. Das ist wirklich krass. Das finde ich auch. Ich weiß nicht genau, warum das so ist. Was ich voll krass fand war, jede Haut ist anders. Also so richtig krass anders. Also nicht nur die Stelle. Ich habe Knie tätowiert. Das war mega geil. Ich habe Knöchel tätowiert, was ich mir so eh nicht vorgestellt habe. Das war mega scheiße. Ja. Ich habe eine Hand von Wilke Zierden tätowiert. Ich habe das schon zweimal gestochen, ne? Und er hat ja auch gesagt, es tat gar nicht weh. Und ihr beide meintet die ganze Zeit, kannst tiefer rein. Wilke ist auch Tätowierer. Stefan übrigens auch, falls ich das noch nicht gesagt habe. Hallo. Ich habe immer gedacht, ich will dir nicht wehtun gerade an der Hand. Aber du musst... Richtig tief. Es geht nicht anders. Du musst halt wirklich zu tief und dann verläuft die Farbe. In der Hand geht es nicht anders. In der Hand geht es nicht anders. Ja. Ja, das war halt auch so. Bei Jana zum Beispiel am Fuß, da habe ich Welt tätowiert. Da ist glaube ich der T-Strich ziemlich dünn. Den muss ich nochmal nachziehen. Ja, aber das geht eigentlich noch. Es gab Menschen zum Beispiel, die kenne ich seit 20 Jahren. Ja. Und bei diesen Menschen ist es halt dann so krass, wenn du denen was tätowierst. Das bedeutet denen voll viel und mir halt auch. Also es war bei jedem anstrengend. Aber es gibt so Leute, wo ich denke, wenn ich das verkacke, bin ich fertig so. Eine Sache an die tut mir so leid. Du musst übrigens noch ran, ne? Mach ich sehr gern. Also... Kein Problem. Das war eins der letzten Tätowierungen. Eine der letzten Tätowierungen. Yvonne ist die Frau von Lars. Das ist einer meiner besten Kumpels. Mit dem habe ich das Buch geschrieben, was wir gemacht haben. Und sie kam hier mit Kind und Kegel an, ne? Also Vater, Mutter, Onkel, Tanten. Und dann habe ich angefangen zu tätowieren. Das war Z-U-S-S. Das war Z-U-S. Das war Z-U-S. Das war Z-U-S. Das war Z-U-S. Ich habe auch so den Z-U-S tätowiert. Ja. Und dann dieser eine Moment war so krass, den hört man in der Top-Shot-Aufnahme auch voll geil. Dass ich so tätowiere und dann... Ich habe das erst tätowiert und dann denke ich schon so... Als das feldig war, gucke ich mir das Wort an und denke so... Das sieht irgendwie merkwürdig aus, Alter. Warte mal, fuck. Fuck. Dann kommt von hinten, Finn, du hast dich verschrieben. Und dann... Dann diese Pause. Zehn Sekunden Pause. Zehn Sekunden Pause. Dann so... Quatsch! Du hast dich verschrieben. Quatsch! Ich wusste ganz genau, doch, doch. Ich habe mich auf jeden Fall verschrieben. Ähm... Ja, und dann... Dann war die Scheißabnahme auf jeden Fall. Und dann kommst du auch noch und ich brauche echt Hilfe. Und was machst du dann? Zuss! Zuss! Tschüss! Komm her, jetzt, dann hilf mir. Das ist überhaupt kein Problem. Dann machen wir einfach ein A draus. Streich durchgestanden. Zuss! Zuss! Jetzt kannst du mir dich antun. Zuss! Ups! Na, auf jeden Fall haben wir dann das S genommen. Und von dieser S-Kurve den unteren Schlenker, den haben wir als A benutzt. Also als A-Verbindung. Es ist ja prinzipiell weder S noch A, es ist beides. Das ist ein Saar. Dann geht das ein bisschen unten raus, das sieht geil aus. Ass! Ass! Ja, erster Aufschlag, verschissen Ass! Ass! Ja! Dann gehen wir noch mal zum Riechen zu den Bierer, was da was benötiges draus machen. Es tut mir leid. Ich habe mich wirklich konzentriert, mehr ging nicht, ohne Scheiß jetzt. Aber es war einfach anstrengend. Auf jeden Fall, so im Großen und Ganzen hat eigentlich alles hingehauen. Bei Helen hatte ich noch mal ein bisschen Muffen, weil ich den ersten V-Strich, hast du den noch im Kopf, wie der war? Ja, der war super. Der war so. Aber, äh... Der war wie so eine Schlange. Und der war auch zu tief. Geil! Was ist denn da passiert? Geil! Okay, nicht so viel bewegen. Ich bin mir unsicher, ob ich ihn korrigieren soll. Ich würde das weitermachen vielleicht als Tiermittel. Nur, dass man das überhaupt versteht, warum wir das so gemacht haben. Wir hatten ja einen Topshot und haben von oben gefilmt, wie die Tätowierung aufgeschrieben wird quasi. Und da ich diesen Moment haben wollte, das ist wie in so einem lyrisch animierten Video halt, sollte der Text ja erst kommen, wenn er auch kommt. Das heißt, wir fangen an zu tätowieren, hätte ich das schon vorgemalt, dann wäre natürlich nichts passiert. Dann gibt es keine Rechtschreibfehler, dann gibt es natürlich gar nichts, weil da steht ja da, ich muss nur noch nachziehen. Und das konnten wir nicht machen, weil man dann ja schon direkt gesehen hätte, welches Wort da tätowiert wird. Und der Unterschied zwischen einem schwarzen Stift und einer schwarzen Tätowierung ist auch nicht so riesig. Manchmal wird es sogar nur weniger. Wir hatten ja 7er-Nadeln, das heißt, es ist saudünn. Es ist eh saudünn. Also sieht man bei der allerletzten Tätowierung, bei Zuhause zum Beispiel, das wollte ich ein bisschen dicker machen, da musst du halt 6 Mal rüberziehen. Ja. Und du verschiebst in den Linien immer ein bisschen, weswegen das halt so, das sind jetzt 6 Linien nebeneinander einfach. Ey, aber ich fand es auf jeden Fall, also nicht nur, dass das Video unglaublich geworden ist und das... Alter, ich habe immer noch Gänsehaut. Ich fand es wirklich, ich finde es wirklich oberkrass. Die Resonanz darauf ist ja auch oberkrass. Das hat noch nie jemand gemacht, weißt du das? Also bei den meisten Sachen sagt man ja so, ja, ja, gibt es schon ganz oft. Ähm, aber so Texte, Tätowieren, aber hat auch einen Grund, ne? Du musst erst mal 50 Buddys und Buddys finden, die Bock darauf haben, sich tätowieren zu lassen. Und dann haben wir ja auch gar nicht, ich wollte es die ganze Zeit ausprobieren, ne? Ich wollte die ganze Zeit ausprobieren, wie das ist, auf den Arm zu schreiben, das abzuspeeden, und das mal anzugucken überhaupt. Und das haben wir halt ein bisschen verschwitzt und auf einmal ging es los. Das heißt, niemand hat vorher getestet, ob es überhaupt geht. Und es hätte sein können, bevor wir die erste... Das ist total. Bevor du die erste Aufnahme hochgespeedet hast dann, ne? Wusste niemand, ob es geht. Und da hatten wir zwei Tage gearbeitet, für 1000 Euro Tattoo-Equipment gekauft, alle Leute hier eingebucht. Äh, Antje hat Pläne für die Tage gemacht. Hier haben ja Leute auch geschlafen, für, keine Ahnung, 500 Euro Bratwurst gekauft und sowas, weißt du? Ähm, das ganze Ding war organisiert, und wir haben einfach wie immer einfach gemacht. Und es hat glücklicherweise sehr, sehr gut funktioniert. Die Bilder sind krass, Michelle, vielen Dank nochmal. Die Bilder sind echt krass, ohne Scheiß jetzt. Sagt jeder. Auf jeden Fall, was ich gehört habe, und das finde ich richtig wichtig, das ist das Allerwichtigste. Niemand... Das hat sich bei keinem entzündet. Alles ist perfekt verheilt. Die sind alle schon wieder... Ich habe jetzt eine Tätowierung von voll vielen gesehen. Alle geil aus, wirklich. Bis auf bei Wilke. Sorry. Aber das war in der Hand. Aber Wilke hat sowieso viel Pech im Leben. Ich fand das so krass. Ich bin dann rausgegangen, und dann saß ich vorne, hab eine geraucht so, da vorne bei Jonas im Kräuterbeet, und guck mir das Geschehen so von außen an, wie hier so, da waren ja 30, 40 Leute hier, ne? Waren entweder gerade durch, oder wurden noch verarztet, oder haben gerade was getrunken oder gegrillt oder so. Und das war so eine der ersten Situationen, seitdem ich das ganze Zeug mache, bei dem ich das Gefühl hatte, dass das erste Mal quasi alle nur wegen mir hier sind, so. Weißt du? Das Kliemannsland ist halt so eine Riesenidee, und da stehen voll viele Leute hinter, und alle machen so mit. Alles, was ich so tue, das ist alles so ein Kollektiv. Und das finde ich ja voll geil. Und hier saß ich, ich hab mich so angeguckt und meinte so, wie krass, Alter, die lassen sich alle tätowieren, ne? Die fahren mitunter hunderte Kilometer, und die reißen, also die warten hier fünf Stunden, weil sich das ganze Ding verzögert hat und so. Nur gute Laune, alle sind richtig geil drauf, und jetzt sind alle wegen mir hier. Und die unterstützen alle dieses Projekt und diese Idee und meinen Traum. Und das fand ich so krass, Mann. Und da saß ich dann, das ist mir erst bewusst geworden. Und ich dachte so, Alter. Das schweißt doch übelst zusammen, ne? Ja. War einfach voll schön, Mann. Was halt dieses Zuhause-Thema noch mal unterstreichen. Auch, dass ich dich die ganze Zeit fragen konnte, war megageil. Und immer, wenn irgendwas war, Stefan, Stefan! Hilf mir jetzt, Mann, hilf mir! Nein! Das war echt. Ich fand die Reaktion von deiner Mutter auch megacool, als du dich verschrieben warst. Ich glaub, sie war der schadenfreudigste Mensch der Welt. Die war sowieso krass. Ja. Meine Oma war auch hier, ne? Und meine Mutter und meine Oma, ne? Sind die kritischsten Menschen gewesen, was Tätowierungen angeht. Meine Oma war früher so, wenn sich jemand tätowieren lässt, sofort enterbt und fertig, ne? Die Leute mit Tätowierungen sind komische Menschen so, wirklich. Und dieser Tag hat ihr richtig krass die Augen geöffnet. Und sie hat nachher zu meiner Mutter gesagt, komm, lass dich auch stechen, komm. Ich war dabei. Ja, sie wollte ja auch, dass du das machst und ich das mache. Antje, lass dich doch auch so hier. Die ganze Zeit. Von meiner Oma, wie süß ist denn das, ey? Und die ist so echt anti und das ist quasi ihre Tochter. Die war richtig cool. Ja, meine Oma ist die Beste. Stefan, vielen, vielen Dank noch mal für deine Hilfe. Das war schön. Und wenn du irgendwann mal Hilfe brauchst, so als Praktikant oder so, ne? Tätopraktikant jetzt, ne? Ja. Ey, jederzeit. Ich hab die Maschine und für ungefähr noch so für 200 bis 300 Tätowierungen Material zu Hause rumlegen. Ja, das kann man leider nicht anders bestellen. Das gibt's halt nur in diesen Größen. Lass doch einfach einen Tätow-Shop hier aufmachen. Die Leute stehen eh schlank. Das ist toll, ey. decía, ich habe cheated eine Szene für sie damals. Vielen Dank.